Nachdem sich die Bewegung in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat und immer mehr den Sinn ihres Lebens neu definieren, beginnt das System sich allmählich zu ändern. Groß und klein reichen einander die Hand, weil sie etwas gefunden haben, das ihnen Hoffnung gibt und woran sie sich festhalten können. Gib deinem Leben eine Perspektive. Es ist nicht wichtig, wie oder wo du es tust. Was zählt ist, dass du es tust im vereinten Kampf gegen den sozialen Verfall. Zeig Vertrauen, zeig Mut, zeig Titte für die Welt.